Dass der mich aber auch so aufschlagen lässt. Boah, meine Augen sind voll trocken. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Seht ihr? Das bleibe in uns. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibt in euch. Wenn in euch, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Die euch verführen, ganz genau wie der Islam und die anderen Religionen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. So sieht es aus. Dass der Herr mich das aber auch so aufschlagen lässt, dass die Muslime das hören. Dass der Islam so die antichristlichste Religion der gesamten Welt ist. Wer den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist. Und welche Religion auf der gesamten Welt leugnet vehement den Vater und den Sohn? Nur der Islam vom Allerfeinsten. Vom Aller, Allerfeinsten. Hey, wie geht's? Gut, und mir Gott segne dich und deine Familie. Aber ist das nicht erstaunlich, dass ich auch noch diesen Vers so aufschlage und dass die Muslime hören und dann auch noch sehen, ah, warte mal, unsere Religion leugnet ja den Vater und den Sohn. Also war bestimmt, ja, könnte man schon sagen. Das Ding ist, ich musste mich noch kaputt lachen wegen dem Typen vorher, der noch am zacken war. Ja, da waren einige Kandidaten mal hier drin. Die anderen waren am bedden, am zocken, am rumschreien. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich bin auch Irana, kriege ich auch Kek. Ja, aber Bruder, ich bin Moslem, kriege ich trotzdem. Auch du als Moslem kriegst alles, gar kein Problem. Okay, da freue ich mich doch. Gott segne dich, mein Lieber. Danke, Bruder, ich auch. Ich habe eine Frage, Bruder. Und zwar, ich hatte Geschichte Leistungskurs und da hatten wir so Historie und zwar so die alten Christen damals. Und ich wollte dich genau deswegen, wegen den Kreuzzügen, wollte ich dich fragen, wie genau das ablief und wer das überhaupt war und wer das alles geleitet hat. Die Kreuzzüge waren eine Antwort eigentlich auf die islamische Invasion hier in Europa. Du siehst ja, dass zum Beispiel der Herr Jesus Christus das eine gesagt hat, aber die anderen das andere praktiziert haben. Das war immer schon so. Aber wären die Kreuzzüge nicht gewesen, also wären die Kreuzzüge nicht da, wäre heute Europa eine islamische Nation. Die standen ja vor den Toren Europas. Ich weiß ja nicht, wie sehr du dich damit auskennst. Und sie wollten ja Europa überrennen. Und es waren die Kreuzritter, die das zurückgehalten haben oder aufgehalten haben. Achso, okay, verstehe. Du kannst dir einen sehr, sehr guten Vortrag darüber angucken von Dr. Bill Warner. Er prüft das anhand der historischen Fakten, was der Islam angerichtet hat und was die Kreuzzüge gemacht haben. Da siehst du Fakten, wie der Dr. Bill Warner das prüft. Und er sagt auch, ich will, dass die Leute mit Wahrheit und Fakten reden, nicht einfach so von sich selbst aus. Was hat das zu tun mit den Kreuzzüge, was hat das zu tun mit dem islamischen Dschihad? Und er erklärt das alles. Achso, okay, dann hat wahrscheinlich meine Lehrerin keine Ahnung zu diesem Thema. Eigentlich ja, die meisten haben nicht so richtige Ahnung von dem Thema und das ist traurig. Also sie hat mir was ganz anderes gesagt und eigentlich, ich bin dir ehrlich, auch wenn ich Moslem bin, akzeptiere ich natürlich andere Religionen. So ist es nicht. Nur das Problem bei mir ist, ich kenne mich noch nicht sehr gut aus mit der Religion. Deswegen kann ich dir auch nicht vieles dazu sagen. Ich wollte nur hochkommen, weil ich einfach lustig finde, wie so richtig random Leute reinkommen, die keine Ahnung haben. Hör zu, hör zu, hör zu. Lass uns das mal bitte zusammenhören. Ja. Wenn man mit einem Islamgelehrten oder mit einem einfachen Muslim spricht und dabei das Thema Dschihad erwähnt, dann wird oft gesagt, ja, aber wie war das doch mit diesen schrecklichen Kreuzzügen? Die sind doch genauso schlimm. Sie sind doch die moralische Rechtfertigung für den Dschihad. Also lass uns nicht über den Dschihad reden, okay? Reden wir lieber über die Kreuzzüge. Nun, worüber ich gerne reden würde, das sind Fakten. Siehst du? Und so habe ich mir etwas Zeit genommen und eine Datenbank erstellt mit 548 Schlachten, die der Islam geführt hat. Dschihad-Kämpfe gegen die klassische Zivilisation. Und das sind noch nicht einmal alle Schlachten. Man sieht auf der Karte noch nicht viel über Afrika, Indien, Afghanistan und so. Es geht hier hauptsächlich um Schlachten gegen die klassische römisch-griechische Zivilisation. 548 Schlachten ist eine ganze Menge. Um das zu veranschaulichen, habe ich eine dynamische Karte erschaffen. Sie zeigt den Mittelmeerraum. Und ein weißer Punkt bedeutet eine neue Schlacht innerhalb einer Periode von 20 Jahren. Also jedes Mal, wenn sich der Bildschirm ändert, sind 20 Jahre vergangen. Die weißen Punkte werden dann rot und so kann man die Geschichte dann verfolgen. Das mag verwirrend klingen, aber wenn Sie es sehen, werden Sie verstehen, was ich meine. Und hier beginnt es. Der Islam bricht aus der arabischen Halbinsel aus und attackiert sofort den mittleren Osten. Schauen Sie, es dauert nicht lange, bis Sie das Mittelmeer überqueren und Spanien und Südfrankreich angreifen. Schauen Sie mal. Meistens denkt man beim Islam an Araber und an Wüste. Aber wir sehen hier, dass der Islam sich über das Mittelmeer ausbreitet. Achten Sie mal darauf, wie die Inseln im Mittelmeer überwältigt werden. Die Marine des Islam attackiert Küstenstädte, tötet, raubt, vergewaltigt und nimmt Sklaven. Immer mehr Schlachten werden geführt und immer mehr Menschen werden versklavt. Über eine Million Sklaven werden aus Europa in die islamische Welt verschleppt. Wahnsinn. Darüber denkt man nicht viel nach, aber es ist die Wahrheit. Über 200 Schlachten werden allein in Spanien geführt. Im Osten sehen wir, wie der Islam über die Türkei nach Europa vorzudringen versucht. In Spanien dauern diese Kämpfe 400 Jahre lang an, da die Christen sich wehren und die Muslime zurückdrängen. Im Osten hier ist Konstantinopel gefallen und nun wird Osteuropa überrat. Der Dschihad kommt nun nach Osteuropa. Er wird aus Spanien verdrängt und nun ist Nordafrika und der Mittlere Osten vollständig islamisch. Das ist alles Dschihad. Unnachgiebiger Dschihad. Und warum ist er so unnachgiebig? Nun, Mohammed war unnachgiebig in seinem Dschihad. Und alle diese Leute sind gute Schüler des Islam. Und der Dschihad richtet sich gegen die Ungläubigen. Immer und immer wieder. Es war Tradition, dass ein neuer Sultan, wenn er in die Macht kam, sofort versucht, neue Kriege zu führen. Denn er wollte in die islamische Geschichte eingehen als jemand, der die Ungläubigen erfolgreich bekämpft hat. So hat also der Dschihad ausgesehen in dieser Zeitperiode. 548 Flachten. Aber Achtung, wenn wir über den Dschihad sprechen, wird immer das Argument mit den Kreuzzügen eingebaut. Jetzt, gucken wir mal. Darum habe ich eine dynamische Karte mit den offensiven Schlachten der Kreuzzüge vorbereitet. Schauen wir es uns an und vergleichen wir. Die Kreuzritter kommen in die Türkei und in den Mittleren Osten. Und hier sind die Schlachten. Aber sind es nicht weitaus weniger, als sie jetzt angenommen hätten? Hier sind die letzten Schlachten. Und das ist das Ende der Kreuzzüge. Und jetzt können wir über die Fakten reden. Ja, es gab die Kreuzzüge. Aber die liegen bereits Jahrhunderte zurück, während der Dschihad noch heute praktiziert wird. Den Dschihad haben wir schon seit 1400 Jahren. Es gibt keinen Vergleich zwischen dem Dschihad und den Kreuzzügen. Schon gar keinen moralischen Vergleich. So sieht es aus. Und wenn Sie sich die Kreuzzüge anschauen, dann denken Sie daran, dass diese gewissermaßen Verteidigungskriege waren. Warum? Wie wir bereits in der ersten Karte gesehen haben, kam der Islam aus Arabien und eroberte den Mittleren Osten. Einen christlichen Mittleren Osten. Und so haben die Kreuzritter versucht, ihre christlichen Brüder und Schwestern vom Dschihad zu befreien. Es gibt also keinen moralischen Vergleich. Die Motivation der Kreuzritter war, Christen zu befreien. Der Zweck des Dschihad ist, Ungläubige zu versklaven. Wenn Sie das nächste Mal also jemanden treffen, der sagt, oh, diese schrecklichen Kreuzzüge, dann können Sie die Fakten aufzeigen. Sie können Ihnen sagen, weißt du, du hast wirklich keine Ahnung. Das war's. Hast du gesehen? Das ist ein wahrer Professor, ein wahrer Professor, der sich hingesetzt hat und dem ganzen Mal nachgegangen ist. Und hat sich gedacht, warte mal, lass uns das mal gucken, lass uns das mal schauen, was überhaupt mit der Kreuzritter gemeint ist. Was ist denn da passiert, was ist überhaupt der islamische Dschihad? Du siehst ja, die ganzen heutigen islamischen Länder waren ja alles gar keine islamischen Länder. Sie wurden zwangsislamisiert. Afghanistan, Pakistan, Iran, Sudan, Nigeria und die ganzen anderen Länder. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Und es gibt genügend Gelehrte, die das heute zugeben und sagen, ja, der Islam hat sich durch Gewalt verbreitet. Und das war die Vergewaltigung und das Schwert. Wahnsinn, ne? Ja, das ist krass. Aber muss man nicht auch dazu sagen, um ein Glauben überhaupt nochmal voranzubringen, dass das vielleicht nötig war? Oder sagst du, das wäre anders? Ne, was heißt denn nötig war? Du siehst ja, dass der Paulus losgezogen ist und das Christentum anhand nur seiner Worte verbreitet hat. Türkei war ja überhaupt nicht muslimisch, also islamisch. Das war ein christliches Land. Ägypten war ein christliches Land. Das wurde nach und nach islamisiert. Wahnsinn, ne? Und der Apostel Paulus hat dann um als Gewalt angewendet. Der hat also, die damalige Türkei hat er nur mit seinen Worten erreicht, die ganzen Gemeinden. Wahnsinn, ne? Aber wurde nicht der Prophet auch von Mekka extra verdrängt, dass er flüchten musste, weil seine Worte nicht ausgereicht haben? Und deswegen musste er andere Mittel rangehen? Ja, genau. Und du musst dir mal vorstellen, wenn ich zu dir komme und sage, wenn du stolz bist auf das, was du vor der islamischen Zeit war, oder wenn du stolz bist auf das, was deine Familientradition ist, dann geh und beiß in den PENIS deines Vaters. Was würdest du von mir denken? Würdest du mich sagen, wie gehst du über unsere Familientradition? Bist du mich veräppeln? Ich soll in den PENIS meines Gottes beißen, oder was? Naja, also, wie gesagt, so tief bin ich nun auch nicht in der Materie drin. Ich wollte nur deswegen fragen, weil ich habe auch ganz andere Fragen. Ich weiß nicht, ob noch andere wichtige Leute hier jetzt noch hochkommen können. Ich wollte nur wissen, das also mit dem Kreuzding, das habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, das Video schicke ich meiner Lehrerin einfach. Ja, genau. Du kannst dir das zeigen. Da gibt es einen echten Doktor, einen Historiker sozusagen, der sich hingesetzt hat und das Ganze mal nachgeprüft hat, damit die Leute nicht einfach so reden wie deine Lehrerin, ohne irgendwelche Beweise zu bringen. Verstehst du? Das Ding ist, meine Lehrerin ist auch Christin, deswegen. Sie hat das richtig hochgebrochen. Noch schlimmer, ey. Das Ding. Ich wollte nur... Ja, du kannst dir das Video zeigen. Die Wahrheit über die Kreuzzüge, Dr. Bill Warner. Okay, der Ehrenbruder Bill Warner wird es dir dann erklären. Und das mit den Ablassbriefen von der Kirche und so, wie ist da dein Punkt? Was ist da so dieser... Die Ablassbriefen brauchen wir uns gar nicht zu diskutieren. Das ist alles eine Irrlehre, die die Kirchen eingeführt hatten damals, um an Kohle ranzukommen. Aber der Herr Jesus Christus sagt ja, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder ihr dient dem Geld oder ihr dient Gott. Und dann sagt der Herr Jesus, gib dem Kaiser, was dem Kaisers ist. Wir sollen nichts mit der Welt zu tun haben. Wir sind keine... Ja, unser Recht ist im Himmel und nicht hier auf der Erde. Okay, also sind das keine Christen gewesen, auch wenn sie in denen der Kirche gearbeitet haben? Wenn du hingehst und dann einfach so als Christ, obwohl der Herr Jesus Christus dir gesagt hat, wer mehr nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Das heißt, auch für ihn zu leiden und diesen Leidensweg zu gehen. Und dann sehen wir auf einmal, dass diese damaligen Kirchen dann auf einmal von Leuten dieses ganze Besitz genommen haben und so Ablassbriefe verteilt haben. Das ist ja Quatsch. So voller Blödsinn. Aber das hat Mohammed getan. Das hat Mohammed im Koran getan. Wahnsinn, ne? Er hat den Leuten Grundstücke im Himmel verkauft. Gegen Grundstücke hier auf der Welt. Okay, also den Koran habe ich leider noch nicht gelesen, also nicht durchgelesen. Ja, ich weiß, deswegen will ich auch gar keine Debatte mit den Staaten oder irgendwelche Konversationen dafür führen. Ich wollte nur ein paar Fragen stellen, weil du halt besserer Christ bist als meine Lehrerin. Ich bin Dr. Sheikh Amu Amir. Stimmt, ja stimmt. Ist doch deine Neidrunde jetzt. Deine Neid-Talkie. Ich stelle mir vor, ich würde jetzt sagen, komm Leute, alles jetzt mal zwei. Jetzt, 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 sie geht doch jetzt in der zweiten Runde. Alles ist mal drei. Jetzt, 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 mal drei. Ich stelle mir vor, ich stelle mir vor. Mal drei und mal zehn. Der Sheikh auf TikTok. Der Doktor Sheikh auf TikTok. Nein, Gott segne dich. Ich hoffe natürlich, dass du dich mit der Person Jesu Christi auseinandersetzt. Wenn du kannst, dann besorg dir eine Bibel und lese ein wenig darin. Lies mal das Neue Testament und lern mal Jesus Christus. Kennen, mein Lieber. Ja, mache ich auf jeden Fall. Nimm dir die Zeit. Nimm dir voran. Wacht, wie nennt man das? Verschwende deine Zeit nicht auf Persisch. Wie heißt das? Wacht, wacht. Wurde, mein Persisch ist auch scheiße. Ich habe schon rausgekommen mit meinem Persisch. Wahnsinn. Aber ich will dir damit sagen, vergeude deine Zeit nicht, sondern nimm dir Zeit für Jesus Christus. Lerne ihn kennen. Du hast hier die Möglichkeit, in Iran, in unserem Land ist es unmöglich geworden, mit so einer Bibel rumzulaufen. Die sperren uns den Kerker ein. Ich darf dich mal nach dem Iran fliegen, sonst muss ich Soldaten. Ich darf auch nicht in den Iran fliegen. Guck dir das mal an. Allein diese Tatsache muss uns doch sofort hier oben alle Alarmglocken angehen. Dass dieses Buch Menschen heute immer noch verändert, und zwar ins Positive. Nicht der Koran, der auf einmal aus uns so Monster macht, sondern wir anfangen die Kuffar zu hassen und so. Ja, also wie gesagt, das muss ich mir alles nochmal grundlich durchlesen. Also wie gesagt, ich habe jetzt meine Antwort bekommen. Hat mich auch sehr gefreut, war auch ziemlich lustig mit dir. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ja? Ich dir auch, mein Lieber. Frau D'Affes. Frau D'Affes. Mein Lanzleute, beste Leute, ehrlich. Ah, wo Hetsi-Fetsi? Wo Hetsi-Fetsi? Hetsman ist wieder on the streets here. Was haben wir denn hier? Boah, wie das hängt, ne? Oh, hallo. Ich bin hier fast eingeschlafen. Ich habe mir gedacht, ich komme da gar nicht mehr rein. Nicht, dass du auf einmal anfängst zu schnarchen, aber was du geschafft hast. Nein, ich habe zugehört. Ich fand die Gespräche wirklich sehr, sehr interessant. Ja, schön. Und dir wünsche ich reichlich, reichlichen Gottes Segen. Ich finde, du machst wirklich eine super, super tolle Sache. Und ich möchte jetzt auch allen Muslimen hier, wo so negativ hier Kommentare abgeben, mal sagen, es geht nicht. Ich werde auch sehr oft verurteilt, so quasi, ich hasse Muslime. Das stimmt doch gar nicht. Das geht gar nicht um den Hass gegenüber den Muslimen. Es geht hier um Wahrheitsfindung. Und das sollte man wirklich besser verstehen. Es geht hier absolut nicht um Hass. Und ich sehe, wie du gerade um deine muslimischen Brüder ja wirklich kämpfst. Natürlich, aus Liebe heraus. Richtig, damit sie in das Königreich Gottes hineintreten können. Und ich finde das wirklich sehr, sehr bewundernswert. Gott wird dich sowieso für das alles sehr belohnen. Das weiß ich jetzt schon. Und ich finde, es ist sehr stark. Ich gehe auch davon aus, dass du sehr, ich weiß auch, dass du sehr viele Schwierigkeiten deswegen hattest. Und umso mehr bewunderte... Jeden Tag habe ich irgendwelche Schwierigkeiten, aber kein Prämter her. Er teilt ja immer was. Genau. Aber das ist ja so stark und bewundernswert. Und du gibst einfach diese... Gerade deine muslimischen Brüder und Schwester, du gibst sie nicht auf. Und das finde ich so wunderschön. Wirklich. Und ich wünsche mir und ich bete auch für all diese Menschen, wo die auch zuschauen, damit sie auch wirklich verstehen, worum es hier geht. Es geht nicht darum, die Muslime schlecht zu machen. Ich kenne ganz viele muslimische Menschen, wo wirklich super tolle Menschen sind. Es geht gar nicht darum. Es geht nur darum, dass sie eben durch diese Bücher, durch diesen Glauben eigentlich einen Irrweg gehen. Und aus diesem Irrweg sollte man ihnen heraus, wirklich heraus helfen. Weil das eben nicht der Weg ist. Und Jesus, ich sage das immer wieder, Jesus hat nicht gesagt, ich bin einer der Wege. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Und wir müssen die Entscheidung treffen, glauben wir ihm, ob er wirklich der Weg ist oder gehen wir halt in die Irre. Und wir wissen ja, Gott lügt nicht und wir sollten wirklich auf Gott vertrauen. Und ich finde, ich bin zum Beispiel so erzogen worden, dass es hieß immer, wir sollen alle Religionen respektieren. Und erst, wo ich mich selber damit befasst habe, dann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht alle Religionen respektieren. Warum kann ich das nicht? Weil sie sehr viele Lügen verbreiten, weil alle anderen Religionen halt eben Mensch, also von Menschen gemachte Religionen sind. Und ganz einfach, ich kann keine Lüge respektieren. Aber es war mir jetzt wirklich noch... Gerade ja auch, dass der Jesus Christus ja untergebuttert wird als nur so ein Prophet. Das ist ja, das ist eine Gottesmesterung. Der Jesus Christus ist mehr als ein Prophet. Wo ich da wieder... Lass mich mal kurz vorlesen für die Leute, meine Liebe, einen Moment bitte. Johannes 14, Abvers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Danke, Herr Jesus Christus. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm. Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bittet, werdet in meinem Namen, das will ich euch tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Amen. Amen. Wenn ihr den Sohn bittet, der Sohn wird es tun. Amen. Amen. Sehr schön. Was, wo ich eventuell noch, entschuldige, was noch vielleicht wichtig wäre, im Koran steht ja, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde und dass er nicht gestorben ist und so weiter. Wir kennen das alle. Ja. Aber das sollte man wirklich wieder, es geht hier um die Wahrheitsfindung, was sagen dann die Muslime bezüglich den, ich habe gestern ein Foto gepostet und das ist wirklich aus einer guten Quelle. Über 55 historische Schriften. Deswegen sage ich zu meinen muslimischen ehemaligen Geschwistern, an der Kreuzigung scheiden sich alle Geister und die Muslime können das nicht leugnen. Das ist ein historischer Fakt, der nicht wegzuerklären ist. Selbst der größte Bibelkritiker unserer Zeit, der Bart Ehrmann, Dr. Bart Ehrmann, sagt, der minimale Fakt, dass Jesus Christus wirklich gekreuzigt worden ist, ist eine Tatsache. Da kannst du nicht hinkommen und sagen, Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt. Und selbst die Kreuzigungsgeschichte im Koran lässt Gott aussehen wie den letzten Betrügermann. Genau. Er hätte die Leute damals betrogen. Und da sollten wir uns dann die Frage stellen, hat Betrug was mit einem heiligen Gott zu tun? Nein, das widerspricht sich dann wieder. Und vor allem, ich könnte solch einem Gott absolut nicht vertrauen. Natürlich nicht. Er ist nicht vertrauenswürdig. Würde ich gar nicht folgen. Mich irritiert das, oder ich verstehe es halt nicht, warum Sie schon allein diese historischen Fakten ja nicht wirklich in Betracht ziehen und sagen, hoppala, das steht aber im Koran ganz anders. Und wieso steht das dann im Koran so anders, wenn wir 55 Quellen haben? Das spielt für die keine Rolle. Sie wollen den Islam nicht verlassen, weil es ist unangenehm, auf einmal die ganze Zeit in einer Lüge gelebt zu haben. Also muss man alles daran setzen, irgendwie das auch noch zu erklären. Aber da gibt es nichts mehr dran rumzurütteln. Es fand ja vor kurzem ein Interview statt zwischen hier diesen größten Bibelkritiker, dem Bart Ehrmann und dem Mohammed Hijab. Und er hat ihm natürlich diese Fragen gestellt. Und er meinte, ist das nicht so, dass deine Perspektive eher zu unserem Glauben passt? Sagt er eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass der Jesus Christus gekreuzigt worden ist auf der Anordnung von Pontius Pilatus. Und das ist auch historisch gesehen richtig. Ich bin gestorben bei dem Interview. Und dieser Mohammed Hijab, der saß dann so und dachte sich, ach du Heiliger, was habe ich denn bloß dir getan? Und dann hat er weitergeredet, der Bart Ehrmann. Und dann hat er natürlich den Islam quasi ruiniert. Wahnsinn. Krass, ja. Aber nochmal. Und weißt du, was er gesagt hat, als Sie ihm die Frage gestellt haben, ja, Dr. Bart Ehrmann, Sie kritisieren jetzt die Bibel und haben jetzt so einige Sachen so publik gemacht, warum Sie die Bibel so kritisieren und was Sie da so ablehnen. Wäre es nicht mal sinnvoll, auch sich mal einige Zeit mal mit dem Koran zu beschäftigen und eine kritische Analyse auch da zu machen? Und dann meinte er, ja, wenn ich eines Tages nicht mehr an meinem Leben hänge, dann fange ich auch damit an. Ja, genau. Ja, es ist sehr, sehr, ja genau. Dann siehst du, dass der riesengroße Angst hat. Der hat einfach riesengroße Angst. Weil wenn du dich mit dem Islam beschäftigst und da die Muslime auf einmal zeigst, dass der Koran und der Islam ein Witz ist, dann brauchst du ein schnelles Pferd, ein ganz schnelles Pferd. Aber wir fürchten ja nicht den Tod. Nee, aber er ist ja noch in der Welt, der Dr. Bart Ehrmann. Und die Antwort war ja sowas von grandios. Der meinte, wenn ich eines Tages nicht mehr an meinem Leben hänge, dann werde ich mich auch mit dem Koran und den Koran Entstehungsgeschichte mal beschäftigen. Genau, genau. Weil er weiß, wie Muslime sind. Er weiß, wie Muslime sind, dass sie ihn töten würden für die Wahrheit. Also dass er auf einmal die Wahrheit präsentiert. Leider, ja. Sie stehen auch sehr unter starkem Druck. Du darfst es quasi ja gar nicht verlassen, weil dann hasst dich ja die ganze Familie. Also das ist gar nicht einfach. Umso mehr schätze ich alle ex-muslimischen Brüder und Schwestern, weil ich weiß, das ist enorm schwierig. Und ja, schon heavy, was da alles abläuft. Aber die Wahrheit ist einzig und wir sollten gemeinsam wirklich, wir sollten uns einfach nicht mehr von dieser Welt belügen lassen und wirklich alle gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit gehen und nicht beleidigend sein oder dieses Bekämpfen. Da kommen wir ja nicht auf den grünen Zweig. Aber ich finde, gemeinsam können wir wirklich auch die Wahrheit finden. Ich weiß, es ist schwierig, weil eben viele sind dann, ich kenne es ja von mir aus, ich kenne mich nicht so gut aus, natürlich so wie du, aber ich habe auch bestimmte Sachen im Koran gelesen. Und dann, wenn ich das veröffentliche, bekomme ich wirklich so Hassbriefe. Also ganz, ganz, ganz schlimme Sachen. Du siehst ja, dass nur beim Islam sowas existiert. Also alle können mit ihren Schriften irgendwie so ein bisschen Kritik vertragen. Aber im Islam merken wir, dass die Muslime überhaupt nicht kritikfähig sind. Gar nicht. Genau, genau. Sehr schlimm. Aber so kommt man ja nicht zur Wahrheit. Und die Wahrheit, das... Wer sollst du uns frei machen? Richtig. Und die Wahrheit kann zu Beginn wirklich unangenehm klingen. Aber wir sollten trotzdem offen für sie sein. Also anders kommen wir gar nicht zur Wahrheit. Aber nochmal, lieber Bruder, ich finde das echt, echt stark von dir. Und ich weiß, du kämpfst für deine Brüder und Schwestern im Islam. Und ich hoffe, dass die Leute das auch wirklich verstehen, dass da kein Hass, sondern im Gegenteil, dass da Liebe für diese Menschen absolut da ist. Sonst würdest du das ja nicht tun. Du möchtest ja, dass viele halt aufwachen und sehen, wir müssen den Weg alle finden. Und wir wurden allzu lange auf diesem Planeten wirklich ganz, ganz stark belogen, auch in anderen Sachen. Und ja, das wollte ich dir sagen. Das lag mir jetzt wirklich am Herzen. Danke dir vielmals. Nur wieder her, dich segne, meine Lieben. Und dich auch und deine Familie. Und alle, die da mitschauen. Okay, alles klar. Ciao. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, sehr gut. 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 kenne ich nicht deine stimme meine familie hat meine familie hat das soweit akzeptiert so aber ich weiß nicht wie die familie in iran so reagiert würde weil die dort alle ja so in deutschland hat er hat das meint ja in deutschland haben gesagt bitte was sind die noch muslimen meine geschwister hier in deutschland oder du bist das ne warum liegst du gerade deine stimme hört sich extremst nach dem an ja ist ja nicht schlimm ist auch egal also du siehst dass diese frage sehr oft gestellt wurde und ich diesmal sehr oft beantwortet habe also meine familie hat das soweit hier akzeptiert aber man weiß ja nicht wie die familie in iran tic und in iran darf ich ja sowieso nie wieder reisen ich bin zurzeit auf der suche nach einer zweitfrau und ich wollte fragen ob du eine schwester oder sowas da musst du zum islam gehen da kannst du mutter praktizieren du kannst also einer frau geld geben damit sie ihre hose auszieht und dann sich für 30 minuten verheiratet man ganz so gerne die zweitfrau nehmen das ganze islam machen da seht ihr mal diese widerlichen neigungen von ihnen ja das sind das ist arme seelen sind das arme seelen arme seelen aber mir kann damit gut umgehen der herr segne ihn und seine familie ich will auch mit lachen worüber lachst du aber mir lacht ja gerne mit aber man muss auch so wissen worüber man da lacht vielen dank für die ganzen leiten dann für die ganzen geschenke möge der herr aussehenden die wundervoll warte schala mein lieber grüß dich dort segne dich und deine familie mein lieber dich auch mein lieber ja ich war gerade mir was am besten machen jetzt habe ich gesehen du hast mich auch gut wie geht's dir ja siehst du bist live in der late night show von doktor schäger aber mir geil das erste war wie geht's alles gut ja soweit ganz gut der jesus christus segne behütet und beschützt und er erfüllt ja auch das herz mit liebe ja das macht der liebe gott mein bruder oder ich kann ich dir helfen ich habe so viele fragen aber jetzt sind die andere und jetzt fällt dir nicht mehr eine an lass uns einfach darüber sprechen wie wundervoll der jesus christus ist wie er die herzen mit liebe erfüllt und aus menschen aus alt neu macht ist das nicht fabelhaft das ist wunderschön bruder aber ich sage ich sagte ehrlich das macht der liebe gott oder da sage ich doch jesus christus der liebe gott also dass er ist ja der liebe gott jesus christus ist nicht gott oder jesus doch mein lieber er sagte selber ich sagte ehrlich ich bin selber früher christ gewesen wo ich bin vor zwei jahren kommentiert warum machst du denn sowas wie kannst du dich denn für eine religion entscheiden in der gott wie ein zuhälter wird dann erwartet warum mit schwellenden busen verspricht ich bin nicht kommentiert bruder ich bin zumal ich bin zu unserem ursprung zurückgekehrt jeder mensch wird als muslim geboren bruder also bist du doch zum islam darüber getreten oder was deswegen habe ich zu dir gesagt wie kannst du denn an einen gott glauben der wie ein zuhälter daher kommt und die frau mit üppigen schwellenden busen dahin verspricht bruder ich sagte ehrlich ich glaube du hast einen fehler begangen du hast einen fehler begangen ich habe das ist das war das beste was in meinem leben passiert ist bruder du findest das gut dass dieser gott erlaubt mit kleinkindern zu heiraten mit vier fünfjährigen und so bruder ich habe diese themen alle schon mal gesehen und ich sagte ehrlich du guck mal ich will dir gar nicht so nah treten oder dich irgendwie verurteilen du machst du machst dies aber ich sagte ehrlich du hast die sachen ein bisschen du hast das alles falsch verstanden bruder so wieder ich habe es falsch verstanden und du reitest darauf um ich wünsche wirklich das beste bruder glaub mir ich bin der letzte ich bin ein mensch ich wünsche für mich das was für mich wünsche wünsche auch für meine mitmenschen verstehst du und ich wünsche mir das paradies bruder und ich wünsche dir das wirklich vom herzen auch und jedem anderen menschen auf der welt da draußen weißt du aber was soll ich dir sagen bruder es gibt nur einen gott das ist der so ein heiliger geist der sich in der bibel offen geoffen wartet oder mein lieber ist kein rampelmann der nicht in der lage ist ein wort vor verfälschung zu beschützen musste ich bruder richtig und deswegen sage ich dir guck mal gott macht keine fehler weißt du wer richtig ist aber du siehst du das allein ständig denselben fehler macht aller vertraut den den juden die tora auf diese verfälschen die aller korrigiert seinen fehler nicht und macht das selbe und gibt den christian das in die sehr guten du hast einen sehr guten punkt angesprochen wurde gott hat die tora geschickt richtig und die menschen hat es den menschen anvertraut dann wurde es verfälscht wusste allerdings dass man den juden nicht vertrauen kann das buch an oder das ist doch die prüfung da war es für eine prüfung mein lieber was hat das denn für einen sinn millionen menschen die hölle fahren zu lassen das ist nur ein das ist nur eine sache die der teufel möchte mein lieber du musst darüber nachdenken weil allahs intention dazu ist die hölle mit menschen zu füllen das ganze in surah 1119 lesen und da sehen wir dass er den teufel eigentlich dass das gleiche macht wie der teufel und ich lege die intention gottes ist in der bibel guck mal hier mein das ist genau das gegenseit wie himmel und hölle oder egal scheiß drauf oder ich wünsche ich wünsche alles gute warte lass mich dir das noch vorlesen ich weiß ich weiß egal was ich dir jetzt für argumente sagen werde du bist immer wieder du bist immer wieder raus ich hab dich ja schon öfters warte hör mal zu 1. timotheus kapitel 2 ab vers 2 für könige und alle die in hoher stellung sind also ich lese das mal von anfang so ermahne ich nun dass man vor allen dingen bitte gebete für bitten und dankssagung darbringe für alle menschen für könige und alle die in der in die in hoher stellung sind damit wir ein ruhiges und stilles leben führen können in aller gottesfurcht und ehrbarkeit denn das ist gut und angenehm vor gott unserem retter welcher will dass die menschen gerettet werden und zur erkenntnis der wahrheit kommen siehst du das amin bruder amin dieser gott möchte dass alle menschen gerettet werden allah will die hölle mit menschen füllen allah muss so wie der teufel sein oder ich wünsche alles beste wirklich alles beste du siehst dein herz hat es begriffen du siehst dein herz hat es begriffen und du hast genau verstanden wer allah ist du hast genau verstanden wer dieser gott ist der sich lang ist allah ist der schöpfen und himmel und erde nein und anna der schöpfen die hölle mit menschen füllen das ist nicht gott warte hast du ein koran da warte hast du ein koran da ok schlag den auf schlag den auf und welche seite welche surah bruder surah 11 119 ja genau ok soll ich vorlesen ja bitte und wir berichten von den geschichten der gesandten um dein herz zu festigen und hier rein ist die wahrheit zu dir gekommen um eine ermahnung und eine erinnerung für die gläubigen soll ich weiterlesen ja bitte weiter und spricht zu denen die nicht glauben handelt eurem standpunkt gemäß auch wir handeln unseren standpunkt gemäß und wartet nur auch wir warten und allahs ist das verborgene in den himmel und auf der erde und zu ihm werden alle angelegenheiten zurückgebracht werden so was denn surah 11 119 wo bist du surah 11 119 dann ließ noch mal ein vers zurück ja was denn bei 118 118 dann ok ok ausgenommen davon sind jene der dein herr sich erbarmt hat und dazu hat er sie erschaffen und das um das wort deines herrn ist in eine erfüllung gegangen wahrlich ich werde mit den djinn und den menschen insgesamt füllen dankeschön und das ist die aufgabe des teufels die hölle mit menschen und djinn zu führen das war's das war's da gibt es nichts dran rumzurütteln bruder aber doch nicht mit den guten menschen doch nicht mit den menschen allgemein er will die hölle mit menschen führen ist das die intention und gottes guck mal hier ich lese es dir noch mal vor damit du verstehst allah muss somit der teufel sein guck mal hier der gott der bibel möchte dass alle menschen gerettet werden und das sagte in 1. timotheus kapitel 2 vers 4 4 denn dies ist gut und angenehm vor gott unserem retter welcher will dass alle menschen gerettet werden und zur erkenntnis der wahrheit kommen allah möchte die hölle mit menschen und djinn füllen merkst du jetzt wer der aller ein wahrheit ist bruder guck mal ganz ehrlich die bibel das haben menschen geschrieben du willst mir erzählen dass das stimmt du willst mir sagen die bibel ist nicht verfälscht Gott ist also ein hampelmann der einfach sein buch hier in diese welt setzt und die menschen die möglichkeit haben das zu verfälschen das willst du mir sagen Nein, natürlich will ich das nicht sagen aber guck mal egal wie du es drehst und wendest das lässt Allah aus dem wie ein Idiotenmann du musst so überlegen es macht doch gar keinen Sinn guck mal der Islam ist eigentlich der Ursprung von also von das ist Gottes Religion einfach verstehst du der erste Mensch war sogar also wenn du so siehst war selbst Adam ein Muslim weil er hat doch die erste Botschaft vom Gott bekommen verstehst was ich meine die erste Rechtleitung als Adamus im Paradies verbannt worden ist nachdem er mit Hawa oder beziehungsweise Eva vom Apfel gegessen hat ok hat er das selber gemacht oder hat Allah ihn das so bestimmt was denn hat er das selbst von sich selbst ausgemacht oder hat Allah das schon vorher bestimmt meinst du den Apfel zu essen ja nein natürlich nicht das hat er von sich selber gemacht ok warte stopp du bist die Einflüsse vom Teufel Bruder nein Mohammed sagt Allah hat ihm gesagt dass er das machen soll guck wo steht das ich zeig dir das jetzt das ist so abgefahren das kannst du dir nicht vorstellen wo steht das sag mal auf jeden Fall du hast du dir nicht gerade zur Hand ja habe ich ok aber was denn google 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 einfach oder geh auf sunna.com ok bist du da lies mal vor was du da meinst ok also du hast gerade eben gesagt dass der dass der der Adam von sich selbst aus das getan hat weil er ja einen freien Willen hat so denkst du ja ok jetzt guck mal was was der Mohammed aber sagt it was narrated that Amr bin Dinar heard Tawas say I heard Abu Huraira narrating that the prophet said Adam and Musa debated and Musa said to him oh Adam you are our father but have deprived us and caused us to be expelled from the paradise because of your sin also Adam also Adam und Moses haben so eine Debatte geführt und dann hat Musa Musa zu ihm gesagt oh Adam auf der Himmelsfahrt oder wo haben die denn die Debatte geführt ja im Himmel sozusagen also die sprechen miteinander bei der Himmelsfahrt von Mohammed jetzt pass auf guck mal was er sagt oh Adam you are also du bist unser Vater und es war deine Schuld dass du uns wegen deiner Sünde dass wir aus dem Paradies geschmissen worden sind und dann sagt guck mal jetzt Adam said to him oh Musa Allah chose you to speak with and he wrote Tawara for you with his own hand are you blaming me for something which Allah decreed for me 40 years before he created me also der Allah hat schon vorher bestimmt dass Adam das machen soll er hatte keinen freien Willen Gott hat gesagt also Gott wollte dass er das machen Bruder was ist das für eine Quelle woher hast du das du bist der Beste was ist das für eine Quelle ich gehe kaputt ich küsste jeder kann doch irgendwas erfinden wo er genau Bato 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 Streit